ich glaube ja ich habe den einfachen kopf geschossen ich rede natürlich muted clever moin easy halloween event hast du bock ja es ist nicht viel anders also wenn du jetzt in die runde gehst kriegst du einen random effekt tagela der boss ist auf allen maps jetzt das hatten die leute geschrieben ja und der ist richtig wütend und sicher jemand schreibt mit sichel meint er sense ich hatte weder noch in der hand jemals also bin ich so der garten typ gut ist das bei dir auch nein was ist das woran liegt das mal gucken was jetzt passiert ich habe angst ich glaube ich probieren also weil sonst weiß ich wirklich gerade nicht weiter das ist übel ob ich irgendwas updaten kann dann starte ich die bude noch mal neu ja du musst dich leider anmelden was was denn anmelden ich hab doch da ja kein account anmelden mit discord hier klick jetzt einfach mal drauf was wollte ich noch alles haben soll ich noch mal dna eintragen oder was jetzt muss ich um welche kaktus aus der augenfarbe lieblings gedicht also kommst du da nicht ran oder ja doch ich muss jetzt hier erst mal gucken okay ja kein stress jetzt hier drin hier in wieder bestätigung e-mail-adresse bestätigen frage mich wann fritz das letzte mal grafiktreiber installiert ich habe noch nie einen grafiktreiber installiert ich habe ein pappkind ja man sieht richtig viel es ist noch sehr dunkel naja das sieht ja auch nicht nach aufgangsstimmung wir waren kurz vor 7 uhr sind wir reingegangen eigentlich müsste sonne aufgehen ja könnten jetzt kultisten sein true ja habe ich noch nie gesehen ah eben sind im grunde einfach aimbots hast du eigentlich keine chance nö wir nicht mit dem gear nö ah cool ich sehe gar nichts ich muss kurz heller machen nein er hilft nicht ich sehe nichts es ist so dunkel das ist da oben oben ist so ein kleines büro das kannst du aufschließen das habe ich glaube ich in der babyhans serie gesehen hast du die babyhans reingezogen ja ja ich hole den mit ok mg ist tot ich kann den leider nicht anleuchten ich kann den leider nicht anleuchten irgendwie ah der ist einer komm her hab ich chillig easy no scope aber ist das jetzt auf allen maps gerade so überall überall ja krass aber ich kann mich irren ich meine es wird dunkel äh dunkel es wird heller heller ne ich glaube sonne geht auch ich bin tot ah da ist noch einer hier noch einer ich bin tot ich weiß nicht von wo das kam ja da war eine m4 irgendwo ja bin auch tot war glaube ich ein pmc ich meine ihm zwei hits gegeben zu haben ja die saßen da irgendwo ja wenn wir da noch nichts mehr zu essen haben dann gehen wir einfach mit dem scaf wirklich kurz äh äh interchange goschan und räumen den leer ja lass das gerne kurz machen alles klar ja ja machen wir aber ich finde es super haben sie sich da was überlebt für halloween ich war ein bisschen besorgt dass wir nichts kriegen ah geil die begeisterung ja ich bin grad voll konzentriert aber es gibt noch diesen einen hidden stash den würde ich noch mitnehmen da beim boah was waren das oha ey fritz map knowledge am start ne ja ich hab hier das ist mein scafra den ich irgendwie 15 mal gemacht habe ja ist gut ja der bringt viel money ein bester was man nicht looten kann ah das ist ein pmc ah ok weil der äh so eine grüne mütze auf hatte dachte ich mir so ja wer zieht denn so nen scheiß an ne ne typische scafra die mütze irgendwie gehört leute ich zieh keine grünen mützen an jetzt weiß ich gar nicht hattest du jemals in der folge 7 vs. White, ne grüne Mütze an. Wie viele Spielstunden hast du? Ah, 2000. Ja, ich hab ne Fremdsprache lernen können in der Zeit, ne? Ja, aber was willst du damit, wenn du Tarkov beherrschst? Oh ja. Ah, siehst du, so, was hab ich jetzt hier? Hä? Ich habe Heavy Bleeding, das heißt, ich drück direkt die 4 und BAM. Ja. Oh. Uiuiui. Hast du ersten Trink, Max? Äh, ne, 80. Okay, dann hab ich hier was für dich. Hä, was? Auf deine Gesundheit. Use all, ne? Ja, ja, doch, doch. Einfach, einmal runter damit. Auf X. Hä? Was trinkt denn da die ganzen Kühe? Ist das nicht völlige Ressourcenverschwendung gerade? Ne, ne, der ist sinnvoll investiert. Jetzt ist der weg. Einfach 120k weg, schreibt der Shit. Ah, das ist erstmal gegönnt da. Ah, gucken wir mal. Ah, ah unten. Sind das hier, Tankstellen? Ne. Ne, der snipet irgendwo von weit da hinten. Ich sehe den Spieler, ja. Ist tot. Okay. Die Leute haben erstmal ein Clip gemacht vom Kanistertrinken. Mit dem Titel Der Kanistertrinker von Ballermann. Hä? Was? Oh, ich habe Intellect plus 6. Ich bin Big Brain in Raid. Ah, ja. Dann einfach N drücken, dann müsste das Ding über deinen Kopf kommen. Oh, krass. Leute, jetzt ist es heftig, ey. Du hast doch gesagt, du spielst gerne Splinter Cell, ne? Junge. Oh, man sieht halt gar nichts ohne Night Vision, ne? Oh, was? Hier liegt einer? Hä? Hier liegt einer. Hä? Leute, war das PMC? Ich glaube, ja. Ich habe den einfach in den Kopf geschossen. Adios Gott. Oder was? Leute, da gönne ich mir aber mal ganz schnell hier. Gönnt ihr? Der hat mich halt so angeguckt. Ich habe mir so, hä? Das ist so ein Gesicht. Äh, der schaut dich so an. Bitte, bitte nicht, Leute. No, don't do it. Was ist so Wunderer? Ich kann doch hier so Rucksack in Rucksack machen. Dann kann ich das noch mitnehmen. Ja. Da packt er wieder alle seine. Ja, ja, klar, klar, klar. Wir könnten darauf bauen, dass Gas Station auf... Da ist nicht für uns. Wieso sehe ich ihn ohne... Ich sehe ihn Midnight Vision. Sehe ich ihn? Wenn ich nicht aimer? Sobald ich aimer, sehe ich gar nichts mehr. Ich verstehe das nicht. Ist er tot? Keine Ahnung, ich habe nicht mal einen gesehen. Ich habe nur was gehört. Ich sehe keine Leiche. Ich habe auf jeden Fall gerade noch wieder einen anderen gehört, gefühlt. Nee, er lebt noch. Er ist tot. Okay, gut. Er muss nicht weg. Der andere... Ich weiß nicht, wo der sitzt. Ich sehe gar nichts. Er muss nicht weg. Da kommt was angeraten. Hey, da kommen wir, da kommen wir, da kommen wir. Mit Taschenlampe. Ah ne, das ist ein Scabby. Schön, schön, schön. Der hat diesen speziellen Kürbis, den kannst du looten. Das ist ein Helm. Das sieht schon geil aus. Ohne. Zeig dir mal, wie das aussieht. Scheiße. Wie gesagt, wir gehen einfach hier durch und hoffen, dass Gas Station offen ist als Exit. Dann hätten wir deine Mission. Okay, da waren zwei Scabs. Naja, klar. Ich sehe nicht. Ist tot. Shit, hat er mich erschrocken. Ich erkenne aber nichts, ne? Erkennst du was so? Generell? Ja, eigentlich schon. Ja? Ich habe extrem Mühe gerade. Oh, da sind... Da sind drei Stück. Schöner Schuss. Ich denke mir schon so, ich komme hier nicht raus. Hey, what the fuck? Was? Ich habe fünf Leute getötet? Ja. War doch eine gute Runde. Oh, nee. Der letzte war 38 Meter. Scheiße. Das ist immer so. Oh, und der eine 39,6 Meter. Was? Willkommen, Tago. Genauso fühlt sich Shooterball in Heaven an. Oh, wie mies. Yes, dann Factory, ja. Das heißt, BMC auf Factory. Das wird ein kurzes Intermezzo. Also, könnte sein. Ja, 15 Uhr. Wird schon schief gehen, ne? Aber trotzdem die Mosin. Let's go. Wie geht Night Vision an nochmal? Mit T oder was? N. Ah, nee, es ist hell. Alles cool. Also, hier müssen wir direkt raus. Oh, die kommen auch schon. Beide tot. Ah, chillig. Leibst du noch? Ja, ich lebe noch. Oh, da kommt was. Oh, ist ein Scabby. Der Kürbis. Ich liebe diesen Kürbis. Ich höre von links noch was. Das sind Spiele. Was ist dort? Wow, ein... Ah, ein kleines Holzstückchen am Boden. Genau, jetzt hier musst du platzieren, erscheinen. Dann war Eif gedrückt halt. Ah, okay. Hast du platziert, ne? Ja. Ja, nice. Easy. Easy, easy. Dump, dump. Oh, hier ne G-Klasse. Ne was? Ne G-Klasse. Bisher sind zwei stehen hier draußen. Ah, sieht an, ja. Ah, da kommt was. Hast du auch gehört, ne? Ne, tatsächlich nicht. Vor der Tanke. Scab oder PMC? PMC ist tot. Ah, da. Geil, Kürbis. Hoppatschke. Ja, das ist so die beste Voiceline, die es gibt. Hoppatschke. Eiferts. Süßes oder saures? Äh, was? Kürbis. Kannst du mitnehmen, kannst du öffnen im Hideout dann. Naja, wo packe ich den jetzt hin halt, ne? Hast du schon wieder alles voll? Naja, der braucht ja so viel... Schaffst du das nur immer? Ich hab halt einen Rucksack im Rucksack mit einer Mütze drin. Also. Ja, mich auch. Na, mal gucken, ob das gereicht hat. Das müsste also schon 45 sein, sonst hab ich irgendeine gestörte Wahrnehmung. Ich geh mal ganz kurz hinten gucken beim Panzer, ob ich einen Scaf baiten kann. Weil dann haben wir die Mission auch langsam, die 45 Meter. Oh, da ist ein Spieler, glaub ich. Was ist das Wort? Der war richtig dick, ey. Hatte der einen alten Helm an? So dicke Spieler sind selten alleine. Ah, der ist ins Graf. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich seh aber keinen anderen Spieler gerade. Okay, ich guck mal den ganz kurz an. Sheesh. Hast du Platz bei dir? Ich pack den einen in seinen Rucksack, trage den Rucksack mit und dann machen wir später Lootaustausch. Der ist richtig dick, der Boy. Damn. Aber er hat auch viele gekillt. Mit hoffenweise Dog Tags und alles. So mies, ey. Das ist genau dieser Moment. Er hat wahrscheinlich gerade keinen Arme-Fig gekillt. Die übelsten Fights hinter sich. Und dann läuft es langs Bruch weg. Alles verloren. Junge, lässt du hier erstmal den Hering liegen. Glaub mir, wenn du siehst, was der hatte, da verstehst du es. Jetzt müssen wir noch rüber für den Letzten. Dieser Rucksack, Alter. Wie so ein zweiter Spieler auf dem Rücken. Sieht aus, wie der auch in der wackelt, wenn du rennst. Willst du dich mal reinsetzen? Willst du mal kurz Staminer recoveren? Damn. Wenn er da drüben sind, schmeiß ich den Rucksack hin. Da kannst du mal gucken, was du alles hat. Nimm dir, was du willst. Das ist crazy. Ja, ich kann bestimmt wieder alles nicht einschätzen. Ich habe nur genau einen Slot frei. Ach, alles. Oh. Das war's. Ich habe irgendwo einen Hedgehammer kassiert. Nicht wahr. Das ist ja jetzt mies. Nee. Also war ein Scaf-Spieler tatsächlich. War jetzt nicht sein Teammate oder so. Ach so, war ein Scaf-Spieler? Ja. Boah, und ich hatte gerade im letzten Schuss eine Fehlfunktion. Oh, was hat der für eine Waffe? Ich habe einfach Instagram über Inception. Na, Mosin. Leider. Ah, okay. Ich gehe jetzt halt einfach straight durch. Ja. Ah, so eine Scheiße, ey. Dann extract dich mal. Also ich kann dir eine davon mitbringen, wenn du willst, dass du mal so einen Metergang gespielt hast. Na, ich mache hier meine Mission. Okay. Ich brauche noch 20 Gäste für dich. Ich brauche noch 20 Gäste für dich. Ich brauche noch 20 Gäste für dich. Ach, ganz entspannt. Nee, nee. Mit der Mosin sehe ich mich hier. Okay, okay. Hier stand ich und... Ja, gut, ja. Ähm, ja, ja. Er hat aber ziemlich gut geschossen, der Typ, muss man auch sagen. Er hat mich damals auch noch getroffen zweimal. Echt? Der gewerbliche Verkäufer, Mo Moin. Oh, ich darf hinter uns, oder? Er ist tot. Oh, ich habe gar nichts gehört. Oh, ich habe gar nichts gehört. Ich habe den nicht gehört. Oh. Also wir machen uns Sorgen von der Brücke. Wir werden bestimmt gesnipet oder so ein Quatsch. Dann laufen wir aber volle Kanäle rein. Da war ein Step auf Gras. Hm? Ah, ich habe mal mein Gesicht rein. Ich fängs mich auf, wenn ich umfalle. Also ich bin gerade noch im Zug. Blaues Häuschen. So, da wäre der Letzte. Ey, ich wäre auch so ein Streamer, Alter. Das ist ein Fick. Dein Messer da, ne? Ja, oder irgendwas anderes. Das weiß ich auch nicht. Spieler von uns. Ja. Ah, bei einem Gabi-Stapie. Ich weiß nicht, wo der ist. Hast du irgendwas gehört? Hm, nö. Ich glaube, er ist letztes hier halt. Oh. Ja, ich kann lange suchen. Er ist tot. Tot. Leveln und looten. Wie schwer bist du aktuell? Warte, ich gehe kurz in der Deckung. 35. Aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass... Ah, nirg los. Du bist so schwer. Ja, geh doch. Aber der ist ziemlich sauer. Das ist noch einer. Nice. Ja, abgeschlossen. Da ist noch einer. Oh, schöner Schuss. Hey, what the fuck? Da waren drei Stück. Da war der Metall. Oh, der Sniper über uns. Ah. Gönnt ihr den? Guck mal. Guck mal, wie er da guckt. Was da? Alter, das Ding bewegt sich so. Das gibt es doch gar nicht. Alter. Oh, der hat auch eine geile Maske. Da. Haha, scheiße. Ja, easy. Nice, nice, nice. Alter, das kann doch nicht sein. Der Stash ist schon wieder zum rechten Fall, ey. Mein Gott, Alter. Weißt du, du hast ja die große Version vom Stash, ne? Ja, das war mir schon klar, warum ich die geholt habe. Ah, das ist so geil. Ich habe so richtig Flashbacks, ne? Die ganze Zeit, wenn ich so Sachen höre. Was man kaufen kann, was nicht und... Ja, die Wepper, die AKMSN, die TOTS, die Shotgun, die Saiga, das kannst du alles verkaufen eigentlich. Die Kedder, die PPSH. Bei... Müll bei Mechanic. Wenn die Durypedity es zulässt. Äh, das sehe ich gerade noch nicht im Stream. Ja, die ist unter meinem Bild. Warte, ich muss das mal verkaufen. Not enough space in the Stash? Hast du keinen Platz, um Geld anzunehmen? Scheiße. Alter, nein. Ich glaube, du kannst ein Item löschen. Löschen mal irgendein Magazin oder so von hier. Alter, ich stack nochmal die Rucksäcke. Boah, noch mehr stacken. Scheiße, Alter. Das war so nicht komplett. Ich hatte nicht mal einen Slot frei. Kein Platz für Geld entgegen dem. Das ist auch... Das ist ein Neuer, ja. Der ist neu. Ich hatte Angst. ... Bis zum nächsten Mal.